In 90 Sekunden die Wahrheit über die schmutzigen Geschäfte von Versicherungen. Let's go! Versicherungen spielen nicht nur eine entscheidende Rolle im Leben von Privatpersonen, sondern auch in der Welt von Kohle-, Öl- und Gasunternehmen. Jedes Kohle-, Öl- und Gasprojekt braucht drei entscheidende Sachen. Erstens eine staatliche Bewilligung, zweitens Geld von Banken und drittens eine Versicherung. Und jetzt wird es spannend. Im Klartext bedeutet das, keine Kohleminen, keine Ölpipeline und keine Gaskraftwerke können gebaut oder betrieben werden ohne Versicherung. Dank dem Druck von Klimaorganisationen haben einige Versicherungen schon Ausschlusskriterien für Kohleprojekte. Im Bereich Öl und Gas sind sie aber noch weit von einem 1,5 Grad Pfad entfernt. Und das Grässigste daran ist ja, mit ihren Wirtschaften heizen sie die Klimakrise weiter an, zeichnet sich aber gleichzeitig aus Gebieten zurück, die besonders stark davon betroffen sind. Schweizer Versicherungen wie Zürich und Swiss Re gehören nicht nur zu der grössten weltweit, sondern sind auch führend in der Versicherung der fossilen Industrie. Campax setzt sich als Teil einer internationalen Koalition für klimafreundliche Versicherungen ein. Zusammen können wir die Versicherungsbranche zum Umdenken bewegen. auf dem Blogatisch haben wir die Versicherungen, die sich nicht mehr auf den WD-1-2-4-4-5-4-3-4-5-0. die sich nicht mehr zu besuchen und energisch überwinden. die sich nicht mehr zu blushen,